Wir hatten im letzten Video den weitesten Fortnite-Sprung, der jemals gemacht worden ist mit einem Auto. Und jetzt passt auf, was wir machen werden. Wir nehmen wieder die Bounce-Pads und tun so viele Bounce-Pads, bis ich nicht mehr kann, übereinander drauf platzieren. Und dann werden wir mit dem Boot dort drauf gehen und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Boot oder mit dem Auto weiter fliegen, Leute. Vielleicht kommen wir jetzt gleich mal zur Spawn-Insel, gleich in das Boot hier rein. Ich hoffe, die eine Minute reicht hier für den Shot. Oh Gott, wir schießen uns ein bisschen ab, gehen rein und... Was? Gibt euch mal den Kamerawinkel an. Was ist denn das für ein Kamerawinkel? Guckt euch mal oben rechts an, wie schnell wir über die Map düsen. Guckt mal oben rechts. Alter, Alter, Alter. Leute, ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt kommen. Ich glaube, ich muss den Shot hier schneiden. Wir müssen ja unter eine Minute kommen. Das reicht gar nicht, Leute. Ich muss da schneiden. Gibt euch... Gibt euch mal. Okay, Leute, wir sind so weit entfernt, dass wir hier verglitschen und unser Boot verglüht. Unser Boot ist einfach verglüht und fällt runter. Runter.